Guten Tag, liebe Freunde. Es ist wieder Montag. Wir wissen ja, wir, also du und ich, wir wissen ja, wir treffen uns dann immer hier auf YouTube, ja, und dann sprechen wir über ein Thema. Letzte Woche haben wir über YouTube-Kommentar gesprochen. Und Dankeschön. Aber weißt du, was geil ist? Nachdem das Video rauskam, stand als Erstes da Erster. Die Leute lernen es nie. Er lernt es nie. Aber heute sprechen wir über ein Thema, was wirklich sehr ernst ist. Und es gab auch in Deutschland schon einen Vorfall. Wir reden über Swatting. Und da gibt es echt eine krasse Sache. Let's go, Leute. Ja, beginnen wir mal mit einer Sache, die heute allgegenwärtig ist. Früher hatte man gesagt, so etwas wird doch niemals ein Mensch machen. Swatting. Ihr kennt doch sicherlich Swatting, ja? Erklär ich mal ganz kurz, was es ist. Wenn jemand streamt, dann ist es so, dass irgendeiner denkt, dass es lustig wäre, ein Sondereinsatzkommando, also Swat in den USA oder in Deutschland, die Polizei halt, anzurufen, die dann den Streamer besucht und den dann festnimmt unter irgendeinem Vorwand. Das Problem ist, die ganze Welt kann es sehen, da ein Stream läuft. Warum? Warum, Menschheit? Aber ich erkläre euch erst mal an einem sehr tollen Beispiel, was kürzlich in den USA passiert ist. Es gibt einen Mann, Tyson Drop, äh, Tyson heißt er, ja? So, ich habe seinen Nachnamen jetzt wieder vergessen, weil, äh, ne, es gibt so viele Informationen immer hier. Das ist Tyson, ja? Er ist wirklich ein netter Kerl. Er streamt sehr gerne. Da gab es nur ein Problem. Irgendjemand hat sich gedacht, es wäre doch lustig, ihn das Swat auf den Hals zu schicken. Denn er hat, wie man hier sieht, ja, sein Bett, dort steht es, und er hat gepennt. Und dann ist es passiert. Die Swat-Einheit kam vorbei, denn am Telefon wurde behauptet, dass der Herr 15.000 Dollar fordert und eine Sprengstoffweste anhat, oder beziehungsweise Sprengstoff bei sich. Jetzt stelle ich mir die Frage, seid ihr bekloppt, die das machen? Ja, warum? So, natürlich hat das auch Auswirkungen gehabt. Der Tyson hatte dann wirklich in seinem Gesicht mega die Verletzungen. Und, ähm, zeigt es dann natürlich auch. Er hatte eine gequetschte Lunge zum Beispiel und einen Schädelbruch. Ja, stellt euch das mal vor. Stellt mal vor, ihr sitzt zu Hause, ihr streamt auf Twitch oder auf YouTube. Auf einmal kommt die Polizei und macht euch vor allen Menschen so nieder. Ja, und, ähm, ihr wisst gar nicht, was los ist. Ihr seid ja unschuldig. Selbst seine Mutter hat gesagt, als die Polizei reinkam, mein Junge schläft, er schläft doch nur, er tut doch gar nichts. Er will niemals so was machen. Und dann bricht das Chaos aus. In Deutschland gab es auch einen ähnlichen Fall mit dem guten Drachenlord. Der wurde ebenfalls von einem Polizeieinsatzkommando heimgesucht. Denn dort hat jemand auch angerufen und behauptet, der Drachenlord hätte irgendwelche böse Absichten. Was natürlich auch nicht stimmte. Und, ähm, das Problem ist, die Täter in diesem Fall, die wurden natürlich gefasst, die zwei Täter. Und in Deutschland ist es so, dass auch dort der Täter gefasst wurde und ihnen dann eine Freiheitsstrafe droht. Also, wenn ihr so was mal machen solltet und denkt, das ist lustig, es ist natürlich erst mal für denjenigen, der dort sitzt und von der Polizei überrascht wird, ist das natürlich mega unangenehm. Weil man weiß gar nicht, was habe ich getan. Ja, und vor der Polizei hat man natürlich auch Respekt. Und vor allem, wenn so ein Einsatzkommando da eine Bude stürmt, dann muss der erst mal, äh, durchatmen. So, und das ist der Polizist. Ja, und ihr seht schon, er hat die Waffe im Anschlag und alles. Und, äh, oder beziehungsweise, er ist schon wirklich voll dabei, den Kerl festzunehmen. Und er liegt dann da und er weiß, es ist auch eine Sache, die er sicherlich niemals in seinem Leben vergessen wird. Und er wird immer damit konfrontiert, weil dieses, diese Videoszene, diese Livestream-Szene, wird ja im Internet immer wieder hochgeladen. So, und, ähm, ich kann mir einfach nicht erklären, warum man so was macht. Vielleicht wisst ihr es, ja. Es soll vielleicht ein Scherz sein oder so was. Aber was man dahinter auch vergessen sollte, ja, was man dahinter nicht vergessen sollte, erstens kostet diese Einsatzunmengen an Geld, muss man auch bedenken. Wer zahlt das in dem Fall? Zweitens wird das Opfer dann verletzt in dem Fall, wie wir hier gesehen haben, ja. Ein Schädelbruch und eine gequetschte Lunge ist nicht lustig. Und drittens ist es so, dass du vor der ganzen Welt wie ein Trottel dargestellt wirst, als ob du ein Verbrecher wärst. Dabei machst du ja einfach gar nichts. Jetzt ist natürlich die Konsequenz, was kann man machen, ja. Die Strafen sind natürlich schon immens. Freiheitsstrafen gibt es, ja. In Deutschland jetzt zum Beispiel, da gab es ja eben den Fall mit dem Drachenlord, der wurde auch gefasst, derjenige, der es gemacht hat. Und ich stelle mir die Frage oder euch die Frage, was könnte man denn dagegen tun? Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass man sagt, ey, vielleicht irgendwie eine Maßnahme oder so was, dass man der Polizei sagt, geh mal an deinen Laptop und guck mal, der streamt da einfach nur oder sonst was. Was ich auch bei dem Fall ehrlich gesagt nicht so 100% verstehe, ist, warum er einen Stream anhatte, als er im Bett lag. Hm? Also wir können ja nochmal das andere Bild sehen, ja, wo er, genau. Und was mich auch bei dem Bild sehr irritiert hat, oben, ich weiß nicht, ob das eine Spende ist, auf diesem Fernseher steht schon 15,00. Vielleicht 15.000, ich habe keine Ahnung. Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Man muss echt sagen, wenn das schon in Deutschland ankommt, wir kennen das ja, da gab es auch jemand, da kann ich mich noch dran erinnern, in den USA, war auch jemand, der gesagt hat, er war ein Swatting-Opfer. Und man sieht dann im Stream, wie auf einmal die Polizei reinkommt und den überwältigt. Und der Stream läuft halt die ganze Zeit weiter. Weil die Polizei, das war, glaube ich, der erste Swatting-Fall in den USA, die Polizei realisiert gar nicht, dass da noch ein Stream läuft. Die sehen das gar nicht, weil die gar nicht davon ausgehen, dass sowas überhaupt stattfindet. Und dadurch war das dann so, dass der Herr dann ein, zwei, drei Tage später ein Video gemacht hat, wo er dann wirklich auch sehr emotional angeschlagen war und das dann erklärt hat und es einfach nicht verstanden hat. Und wenn ich das wäre und ich würde ja zu Hause sitzen, ich könnte, glaube ich, nie wieder streamen, weil ich immer Angst hätte, dass jemand das macht. Und die Leute, die das dann letztendlich machen, haben für mich vollkommen einer eine Waffel. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr sagt, ey, weiß ich nicht, vielleicht habt ihr auch schon mal irgendwie sowas miterlebt. Also nicht, dass ihr Opfer von einem Swatting wart, sondern dass ihr einen Streamer gesehen habt, wo dann sowas passiert ist. Ihr könnt uns gerne in den Kommentaren ein paar Beispiele nennen. Ja, das Fazit von der ganzen Geschichte kann man einfach nur in einem Wort fast zusammenfassen. Dummheit. Ja, unüberlegte Dummheit, weil es ist so, man denkt, man macht damit einen Streich, man denkt, es ist lustig, man denkt vielleicht, okay, da wird jetzt nichts Großartiges passieren, man wird mich sowieso nicht fassen, ich bin im Internet oder sowas. Aber hier hat man ja schon anhand der Beispiele gesehen, nee, 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 die Polizei hat diejenigen auch gefunden. Und wenn ihr jemand so einen Streich machen wollt, überlegt euch das lieber zehnmal, weil ihr müsst nicht nur den Einsatz bezahlen, sondern ihr müsst auch bedenken, das ist nicht schön für denjenigen. Ja, das ist ja auch schon fast schon übelstes Mobbing. Ja, und deswegen nicht Beispiel daran nehmen. Aber ich will euch heute gerne um eure Kommentare dazu bitten. Ja, wenn ihr Beispiele habt, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Oder wenn ihr eine Lösung hättet vielleicht, ja, wie man das Problem in Angriff nehmen könnte, auch gerne in die Kommentare, wie man es vielleicht vermeiden könnte. Aber das ist ja schwer, sowas zu vermeiden. Wie will man das denn machen? Weil sowas gab es ja früher gar nicht. Ja, dann würde ich mich sehr freuen auf eure Kommentare. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann wieder nächste Woche bei MyFuckYou. Ich habe euch ja schon mal darum gebeten, wenn ihr irgendein Thema habt, was euch wirklich so interessiert, wo ihr euch aufregt drüber, ja, dann könnt ihr es ebenfalls in die Kommentare schreiben. Dann schafft du es vielleicht in diese Sendung. Das wäre doch Hammer, oder? In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und checkt unbedingt die zwei weiteren Videos hier aus. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen hoch. Ich freue mich diesmal wirklich sehr auf eure Kommentare. Das sage ich immer, ne? Ich freue mich immer auf eure Kommentare. Und wir werden dann bei Planation Feedback mal ein bisschen darauf eingehen. Deswegen fleißig reintippen und dann sage ich mal, bis nächste Woche. Tschüss. Morgen Planation Battle gucken, ne? Weiß Bescheid.